Attacke! Komm, ich helfe mal kurz ein bisschen nach. 1000 Hulks gegen 1000 Captain Americas. Wir dürfen gespannt sein. Oh, fuck. Legen wir los. Attacke! Oh, shit. What the fuck? Oh mein Gott, was passiert? Alter Verwalter! Die Captains werden einfach weggeschleudert wie kleine Stöcke. Alter! Wahnsinn! Mit dem Rest passiert fast gar nichts dahinten. Die Hulks chillen einfach. Gibt hier überhaupt irgendjemand oder landen die einfach und laufen dann wieder weiter? Ah, die landen und laufen dann wieder zurück. Okay, es fliegen auch ein paar nach hinten, um dann wiederum von hinten anzugreifen. Jetzt schauen wir mal. Okay, hier hinten sterben auch einige. Irgendwann haben sie dann genug von dem ewigen Weckloppen. Wie sieht es bei den Hulks aus? Gibt es da schon Tote? Leute, was ist mit euch los? Warum sterbt ihr nicht? Muss man vielleicht mit einer kleinen Atombombe nachhelfen? Höh! What? Alter, das leben alles noch welche. Wie sie sich komplett stau am ihrer Achse da drehen. Ja Leute, da muss ich aber noch einmal nachhelfen. Was, wenn ich hier hinten in Newt bin? Was passiert dann? Gott, geht die weit! Ich meine, gut, das ist halt auch eine Atombombe, ne? Die geht schon einiges. Ich glaube, das sind die Letzten. Oh, das ist der Allerletzte. Er ist tot. Habt ihr schon gewonnen? What the fuck? Da kommt der Letzte. Es sieht ja fast ausgeglichen aus. Komm schon! Captain America! You can do this! Nein! Alter, er stirbt einfach nicht. Er ist doch krass. Da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch... Und da hinten sind noch welche. Okay, warte mal. Was für dich hier hinten in Newt insetze? Hier. Trifft es euch dann auch? Ne. Aber da hinten hat es ein paar Leute getroffen. Alles klar. Was ein Schlachtfeld. Wo ist hier noch jemand? Wo rennt der hin? Captain America? Lebst du noch? Da hinten! Da wird noch einer rumgetreten. Warte mal. Ach Gott, hier sind ja noch so viele. What the fuck? Nein, sie haben gewonnen. Ich war so ein bisschen ver... Ah, da hinten. Ganz da hinten. What? Okay, aber was ist, wenn Captain America Hilfe bekommt von Super Kitty? Auch 1.000 Stück. Da können sich die Hulks gerade mal warm anziehen. What the fuck? Alter, was ist hier los? 2.000 auf Team 1 gegen 1.000 von Team 2. Let's go! Oh, die Kitty ist für sie hinrennen. Miau! Oh! Alter, die Kitty ist... Oh mein Gott! Die... Ich gucke mal die Hulks, ich bin so ein kling. Die Kitty ist ein Ultra-Stark-Leck mich am Ärmel. Guck mal, jetzt ist die Kamera flüssiger, okay? Im Fight ist es halt nicht so viel FPS los, wie während sie stehen, ne? Ist klar. Alter, die Kitties. Ein paar fliegen weg, aber die sind ja ultra am reinkloppen. Guck mal, wie sie da stehen. Ist das schon mal Boxen, Junge, oder was? Mein Gott! Guckt euch das Ausmaß an von der Schlacht. Leute, aber nicht so weit weg. Wer so weit weg von der Schlacht kriegt, kriegt eine Atombombe auf den Kopf. Tschau, tschau! Oh, es trifft den Rest auch noch. Oh, schau! Ist das... Oh, fuck! Die Kitties sind, glaube ich, alle gestorben gerade eben. Ne, doch nicht. Ein paar. Einige. Ich sag mal so. Viele. Das schaffen sie doch jetzt. Und da kommt... Oh! Miau! Oh! Wie soll es uns vorbeifliegen? Nice. Leute, nicht für außerhalb kämpfen! Aufhören! Sofort! Schön! Oh! Aber jetzt nicht sterben, Kitties, gell? Ich will, dass ihr gewinnt. Ich bin so parteiisch, ich weiß, aber die Hulks kommen. Irgendwann ist es auch mal wieder gut. Ich glaube, die Hulks gewinnen schon wieder, oder? Da hinten ist eine ganze Armee von... Jawohl! Guck mal! Alter, der regt jetzt so auf den Deckel hier. Der Boy. Wow! Komm schon! Kitties! Bam! Weg mit eure Säcke! Komm, wir müssen sie boxen! Alter, der wird hin und her geboxt, der eine Hulk! Bah, 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 bah! Wow, 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 wow! Komm, einmal helfe ich noch nach. Hier hinten. Das geht einfach gar nicht. So. Aber jetzt ist es hoch, Jungs. Mr. Kitty rastet komplett aus! Guck mal! Kitty, mach! Schlag was! Bam! Weggekickt! Weiter, mehr! Bam! Öh! Oh, oh. Okay, Kitty hat es nicht... Hat es Kitty überlebt? Nee, Kitty ist gestorben. Shit. Hier ist noch eine. Achtung! Kitty, hinter dir! Oh! Wer gewinnt denn jetzt, Leute? Was ist hier los? Oh, da ist ein Kitty gestorben. Nein! Jawohl, da hinten! Captain America! Oh, und da... Captain, rennst du hin? Da ist doch gar nichts da oben. Was machst du? Nein! Mehrere Captains, die gegen ihn fighten. Vielleicht kriegen sie ihn. Komm schon, der nächste, der nächste. Oh, shit. Ja, okay. Die schaffen den nicht. Also, da brauchen wir mal Kittens. Die schaffen den einfach nicht, den einen hier. Sie kommen zwar immer wieder angedackelt, aber sie kriegen ihn nicht nieder. Sie können ihn gar nicht schlagen. Alter, was eine Schlacht. Da hinten ist noch ein Kitty alive. Eine Kitty gegen... Oh! No! Wie konnte das nur passieren, Kitty? Jetzt hört mal auf zu... Leben! Boom! Wie, die Hulks haben gewonnen? Wo ist denn bitte schon noch ein lebender Hulk? Ich sehe keinen. Wollt er sich ver... Oh, nein! Er steht wirklich genau hier. Terminator! Lass! Okay. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen die Hardcore-Rotrock-Armee! Jetzt sind sie sowas von gefischtet. Komm schon, das können die Hulks nicht überleben. Laber mich nicht voll. Attacke! Oh, fuck! Nein, 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 nein! Nein! Oh, die Rotröcke. Fuck, überleben die den Sturz überhaupt? Die überleben den gar nicht. Die sind direkt tot. Komm, ich helfe mal kurz ein bisschen nach. Oh, fuck! Ich habe alle getroffen. Alles klar. Scheiße. Ihr dürft nicht überleben! Ihr verkackten Hulks! Halt auf! Halt sofort auf! So! Wer lebt jetzt noch, hä? Hä? Es lebt gar keiner mehr irgendwie, ne? Habe ich jetzt gewonnen? Irgendwo ist noch jemand, der fightet. Da hinten! Ich fasse es nicht da hinten! Da ist ein Hulk! Da ist ein Hulk noch! Guck mal, die Katzen! Er macht ihm mal einen Backflip, nice! Guck mal, wie sie ihn rennen! Mäh! Mäh! Alter, ich kann da nicht hinfliegen. Das ist out of map. Hört mal auf! Äh, was habe ich jetzt gemacht? Das war nicht geplant. Ich habe da oben eine Atombombe gezündet. Im Nichts. Okay, warte mal, warte mal. Kann ich da eine zünden? Boom! Shit, ich habe irgendwie alle getroffen. Ha! Captain America hat gewonnen! Ich weiß zwar nicht, wo hier noch einer alive ist, aber... Komplett ohne mein Zutun hat Team Captain America gewonnen! Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen stolz, dass mein PC das ruckelfrei gemacht hat. Mal gucken, was das Limit ist. Bei den nächsten paar Videos werde ich die Zahlen einfach immer weiter erhöhen. Dann schauen wir mal, was so das Optimum ist. Das waren jetzt gerade 4000 Units, ne? Gar nicht mal. So übel sprach der Lüben überhaupt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Hasselt ordentlich rein. Ich werde das geschwindet noch eine Runde aufnehmen für euch, dass ich auch was für die kommenden Tage habe, denn da kann ich dann erstmal nichts mehr aufnehmen. Vergesst den Stream morgen nicht. 18 Uhr geht's los, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Die Streamzeiten stehen auch in der Videobeschreibung. Ach ja, und wisst ihr was? Ihr könnt ja auch noch einen random CSGO-Skin gewinnen. Und zwar müsst ihr dazu einfach noch Folgendes schreiben. Ja, ob ihr für Hulk wart oder eben für Captain America. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut ordentlich rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.